Ein herzliches Willkommen bei Let's Multiplay. Heute mit meiner Wenigkeit Showtech. Hier im Teamspeak ist noch Florian. Hallihallo. Ja, wie versprochen, löse ich auch meine Niederlagen ein. Ich war ja noch nett. War ich ja noch. Ja, ich bin schon mal gespannt. Ihr habt das Spiel noch nicht gespielt. Ja, hoffentlich wird es eine gute Bestrafung. Vielleicht magst du auch das Spiel, dann wird es ja keine Bestrafung mehr. Naja, es schaut schon mal witzig aus. Ellis Insel, Marshmoll. Ja, ich hätte eigentlich LSD gelesen, aber schade. Ja, komm mal auf. Ja, keine Beschreibung, nichts da. Hier sind drei Profile. Hier kann man lautsticken... Ah, da, Hilfe! Schauen wir mal. Ah, okay. Mit 1000 Controls, ja, Multiplay, Keyboard, Layouts, really to use. Links und rechts. Genauso wie mit AD. Hast du früher ein... Down-Action. Oh mein Gott. Ja, haben wir mal gespannt. Ja, schauen wir mal, die Spieleentumme. Ja. Ich sehe ja nichts. Nein, das stimmt. Er sieht nichts. Oh Mann, das ist... Ich habe mal Musik rausgemacht, weil das so laut geworden ist, da kann man nicht Lautstücke regeln. Ah, ja. Oh mein Gott. Bin ich da jetzt ein Pilz oder was? Was ist denn das? Oh mein Gott. Das klingt schon gut, ey. Ich sehe ja nichts, liebe Zuschauer. Ich sehe ja nichts. Ich kommentiere nur Zotex-Kommentare. Ich glaube, ich habe es da gecheckt, ey. Was ist denn jetzt los? Und durchgespielt hast du das? Nein. Ich falle jetzt gerade da in den Raum rein. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das ist ja... Hm? Ich falle die ganze Zeit runter und muss mit A und B die ganze Zeit... Das klingt schon fantastisch. Nein, ich sehe es aber nicht. Ja, liebe Zuschauer, wenn ihr noch irgendwie eine Bestrafung für die nächsten Challenges haben solltet, dann schreibt es gerne unten... Ach, hier zeige ich mir mit dem Finger... nach unten... Ja, schreibt es da unten gerne in die Beschreibung rein, bei dem Video... Äh... Alter... Je schlechter, desto besser... Nein, ich spielte die ganze Zeit... Wow... Was musst du denn machen? Ist das so eine Side-Platform... So ein Side-Scroller, ne? Ja, keine Ahnung... Ich falle die ganze Zeit und dann... Ach so... Wow... Ah... Ja, irgendwie... Keine Ahnung... Ich glaube, es sieht eigentlich anders aus, dann... Echt? Ja... Ich habe aber keins gefunden... Oh... Das war aber der falsche Spiel, ne? Ja, stimmt... Du hast ja Spaß in dem Spiel... Das ist ja... Naja... Spaß schaut alles aus... Oh... Nächstes Mal kannst du den Care-Maschinen-Simulator spielen... Ja... Ich kann gar nicht mal lieber... Oh... Das war einfach hübsisch da, ne? Oh... 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 Das ist ja... Ja... Peinlich... Also doch eine gute Beschrafung... Sehr schön... Ja... Oh... Ich meine es nimmt... Naja... Aber... Ich spiel eh schon die ganze Zeit... Null... Also ich glaube das... Man muss immer den Pilz... Fangen... Er... Er... Retten... Wie bei Mario... So... Ah... Ok... Jasmin... Wow... Jane... Klaube von Bischof... Wow... Ja... ч$... Der... Das wäre wieder so ein Spiel für den Liedern, der hätte bestimmt so oder durft gespielt. Echt? Ja. Ich bin jetzt wieder so ein Video gespannt. Ach, wenn wir. Vielleicht soll ich eine Bestrafung für den Zuschauer, das weiß ich noch gar nicht. Kann natürlich auch sein. Au, 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 will weg. Wie sieht es denn? Yeee. Ach, die Knie will da runter. So, jetzt wieder hoch. Und, oh. Ja, klasse, Alter. Hoch. Ich glaube, das muss da sein, der Spiele, das muss ich sagen. Echt? Ja. Jetzt sage ich, das macht noch eine Laune. Ja, irgend so schon, weil du willst das ja doch schaffen. Nein. Ich glaube, das ist ja doch. Nein. Ah, nein. Oh, es ist ja doch. Oh, es ist ja doch. das habe ich auf Indie Jolt gefunden pack den Link dazu nochmal unten in die Beschreibung rein in dem Video da packen wir nochmal mit rein das war aber knapp nein das war aber nicht richtig zweimal zweimal dreimal uh Aua Aua was muss ich jetzt machen komm ich noch weiter jetzt komm ich ah ok es kann nicht mehr so schwer au 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 woa hallo 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 ich schaue voll lächerlich aus hallo 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 Aber, das ist voll fies, das Spiel. Echt? Ja. Ja, ich hab mir mal geschlappt, und du brauchst mir grad die drei Dinger da wieder. Ich glaube, ich hänge fest. Auch das noch. Ich bin echt gespannt, wie du dich hier anstellst. Naja, das geht schon. So. Jetzt mag ich gleich was. Ja, warum? Wieso? Ja, warum? Wieso? Ja, äh... Ja, ich weiß auch nicht, wie man da weiter machen soll. Heilige Strasse. Ich brauche nicht, was die Klavier passen lassen. Zum Spielen wahrscheinlich. Ja, der war nicht. Okay. Ich glaube, ich hab's geschafft. Back home. Das erste Level. Anscheinend. Ich hab die ganzen Pilze gefunden. Oh man, der schaut nicht, wie die ganzen Pilze... Völlige Maschen. Jetzt kannst du dich alle aufetzen. Nee, ich lauf jetzt nicht weg, weil der Boden... Woa... 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 Und jetzt? Ach so, heilig ist es. Ach so, ok. Woa! Aua! Nein! 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 Das tut ja auch gar nicht zu schlimm. Alter, ich bin jetzt klein und in einer Seitenblase und checkt hier. Ich muss nur das Spiel wirklich auf dem Trip spielen. Also liebe Zuschauer nicht nachmachen, um Gottes Willen. Du musst nicht auf dem Trip gehen, also das ist ja... Ne, ne, da habt ihr keine Freude mehr. Aber lieber Blumen statt Wasser. Ich bin jetzt abgesteckt. Was denn? Nein! Los! Was denn? Komm! Wooo.. Hoch hoch hoch, komm! Schneller hoch! Zu! Und runter! Und hoch! Woa! Körper gemein! Ah Wee, komm Oh ho 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 Woah Alter Ah Ja Kannst du dir raus Woah Ja Nein Wo ist es? Flo Ist gemein War das auch ne gute Bestrafung? Ja ich weiß alles Komm es nicht weiter Nein Oh dieses Lala Ja Das war aber knapp Aber wie soll ich nur runterkommen? Das muss man ja Heizen Woah Woah Puh Oh komm Ich komm doch nicht runter Oh nein Was für ein Timing her Ja So Kann ich da fest verspringen Oder anders? Ja Ich werde das fast schon Nein 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 Gehen wir zwei Zentimeter ab Wie lange muss ich eigentlich spielen? Ja 20 Minuten Oder Wie lange ist das jetzt auf? Keine Ahnung 16 Minuten habe ich Ja Dann machen wir noch vier Minuten Und dann ist die Bestrafung auch gut glaube ich Hast du lange genug gelitten Ich bin ja gelerbt Ja Ich bin ja gelerbt Ich bin ja gelerbt Ich bin ja gelerbt Ich bin ja gelerbt Allt Kosten Unwärt Das war doch Das war doch Wieso komm ich denn nicht runter, ey, lösen wir doch auch nicht. Ich muss ja echt warten, bis ich den mal kommt, ja, einmal. Was soll ich denn schaffen, wupala, ohne Witz, toll, dann gehen wir eineinhalb Zentimeter zum Hintern. So, wer sich das einmal antun will, der soll dasselbe spielen. Was macht ihr denn? Oh mein Gott! Total vergeist. Naja, klar, warte, ich will nicht mehr spielen. Wenn! Soll es doch nicht vorhin, ich bringe! Wuii! Oh! Ja, nein! Nein! Oh mein Gott! Ja, aber jetzt sogar! Und! Ich komm da nicht rüber! Wuii! 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 Ich find den Avatar cool. Welchen Avatar? Aber nicht im Spiels! Wuii! Ja! Bist du denn mein? Ja! 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 Ding, 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 Ding. Boing, boing. Ja, Floor. Ne, hängt doch voll fest. Zumindest in fünf Minuten. das ist ja gar nicht doch gibt's ich komm da nicht drüber da, das gibt's nicht, da geht's toll wir finden solche Spiele, aber die würden schafft das nicht damit du eine Herausforderung hast kann aber kein Action nicht machen uah ich bin wieder damit uah gut, dass es da keine Leben gibt schau, das kann nicht sein, man uah 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 9 wo muss er hin ein Buch abholten Jörglo das machen Nein! Nein! Warum kommt das so ein Käse? Weiß ich nicht, ich fand das sehr sinnvoll. Ja. So in etwa, oder so. Nein! Nein! Ach! Nein! Nein! Alter! Aua! Schaffe ich es nicht dahin, dann schaffe ich es dahin und dann kann ich mir irgendetwas anderes machen. Schaffe ich aber auch. Du kannst uns schneller hoch. Nein! 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 Passt nicht. Echt? Ja. Dann ist die Bestrafung ja quasi... Von dem Arsch. Nein! Nein! Ja, klar, natürlich. Wow, das war aber... ... 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 Jeden habe ich jetzt aber nicht ganz verstanden... ... ... ... ... ... ... Wo muss ich dahin, wo muss ich dahin? Kann man das mal jemand verraten, wer der hin muss? Ja. Puh. Ah, du rüppelst. Warum sagt das keiner? Ja. Ne, ich dachte, du musst dein Ton nur noch oben. Puh. 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 Jaja, sie wartet nach, irgendwann, 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 bis du in der Reihe. Ja, noch in diesem Jahrtausend, oder? Halt die Klappe, uah. Puh. 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 Ja, klar, nochmal kurz mal ziehen. Nein. Nein. so, 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 und jetzt, ich schicke mir, ist es wieder runter oder was? Ich glaube, ich habe ja einen Floh gebaut. Ja, echt. Jetzt war ein Floh noch am anderen. Oh, ho. Oh, zwei Wiedanzuge war es. Ich bin gleich verwirrt, oder? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich werd vom Kegel geschossen. Kacken die auf dich? Nein, beschossen nicht. Nicht angekackt. Nicht angekackt. Wow. Wow. Was ist mir los, oder? ja das ist auch genug oder bestrafung die zuschauer von halten liebe zuschauer hier das gut findet dass wir das wie bestrafung eingeführt haben für niederlagen dann schreibt sie auch in die kommentare rein dass gern like da abonnieren nicht vergessen das übliche das ganze programm das ganze einmal durch das ganze ich würde ja so ja das war schon sechs bestrafung wenn ihr andere spiele habt die wir mal als bestrafung wählen sollen schreibt es unten gerne in die kommentare rein vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal sagt florian von let's multiplayer